Ansonsten mache ich einen kurzen Cut, weil ich möchte ein bisschen Armut essen. Gerne. Ich überlege gerade, wo könnte der Goldpilz sein? Einfach irgendwo da unten? Hier sind Münzen. Also... Vielleicht den ich ja nicht gefunden habe, hier in dem Level. Ach so, die anderen. Na gut, durch das Pusten alleine bringt mir das nichts. Nee. Bapapapapapam. Ist hier unten vielleicht irgendwas? Oh. Hmm... Hmm... Hm, wo könnte hier ein Goldpilz sein, ist die Frage. Bäh. Wofür ist die Ecke? Das Loch da, das macht so gar keinen Sinn. Ich geh da mal rein. Da! Da ist der Goldpilz gewesen. Tatsache. Und man konnte ihn nicht durch Pusten sichtbar machen. Ich fass es nicht. Wow. Oh, das geht um. Wo-do-do-do-do-do-do-do. Waaauuuu Goldpilz Hm, ich suche den hier auch nochmal Da ist nix Goldniss Dude, du-du-du-du-duy-duy Dude, du-du-du dates Du-du-du-du Dory Du 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 Nein, warte mal. Ne, gehts doch nicht. Ich hab gedacht, vielleicht gehts dann da rein, irgendwie. Kann ich das eigentlich bewegen? Ne, das wär lustig gewesen. Hm. Oh nein, hier direkt am Ende. Den hätte man so gut sehen können. Was die? Was die? Was die? Was die? Das hier ist so. Was der Adventures hier ist zu sein? Das ist ja wirklich. Das könnte jetzt etwas schwerer werden. Dort einen Goldpilz zu finden. Ähm, also so ist kein Goldpilz irgendwo zu sehen. So könnte der wieder so versteckt sein. Da-da-da! Da-da-da-da! 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 Da-da-da! 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 Da war ich nicht, ich konnte nichts finden. Hm. Nein, kein Weg an dem man irgendwie rein kann. Ja, dieses Lachen. Danke. 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 einschneiden muss gut also wir sehen uns dann an der stelle wenn ich das ich bin einfach mal wenn ich den goldschutz gefunden habe bis dann ich habe eine idee wo er sein könnte den holen wir jetzt wir haben ja hier alles schon abgesucht bis auf eine stelle es ist mir aufgefallen als ich den part noch mal neu angeguckt habe sehr gut wir lassen die geistern und was mache ich denn hier aber die haben damit zu tun man kann ja hier auch rüber gehen das habe ich nie gemacht es hat das gebraucht da war er und dann lass uns schnell rüber zum ziel strike 1 geholt 15 hatten wir geschafft 16 sind wir hier goldpilz dann lassen wir uns mal schauen wo der goldpilz ist das sehen hier könnte was sein weil man springt sich den weg hier frei bei diesem blog und dann geht man automatisch hier hoch zu treppen das ist da werde ich dann mal gucken da was ist das reicht wohl nicht oder ganz knapp drüber hier hatten wir eigentlich alles unterwegs genau die edelsteine haben wir ja auch hier ist auch nix hier geht es bloß hoch oder runter hier ist auch nix hier ist auch nix hier braucht ich der muss mir den blog da freimachen genau da kann der weg vorsichtig vorsichtig vielleicht geld drüben waren wir auch schon beim letzten mal was leuchtete doch nur so einfach der runter damit er mich da oben nicht stört ach das ist eine leiter drin ich habe gerade überlegt wie komme ich jetzt noch mal warte mal ist hier noch was drin jetzt muss es ja schnell wir hängen an der leiter und da eine schlechte schnell schnell perfekt was zum zieltoilett da 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 das spiel ist schon lustig das denn m Mumien-Schanz im Labyrinth! Ha, diesmal stellen wir uns schon besser an! Hehehe, weil ich ein bisschen gelernt habe, wie ich den austricksen kann. Er ist genauso wie so ein Schatten-Mario, nur dass wir halt nicht springen können als Todd. Och, fast vier Münzen haben uns gefehlt, Mist. Ah, naja, dann hätten wir nur ein Leben mehr. Siebzehn haben wir fertig, das war ... Oh, dann haben wir den letzten Handel, was müssen wir? 170 Münzen. Gut. Dann mal schauen. Das heißt ... Gut, hier ist nichts, ich hab extra gepustet. Nein, das wird auch von mir. Oh, oh ... Sieht irgendwas? Nein ... Das Pusten, kann ich ja gucken. Irgendwo Sachen sehen. Irgendwas? Nein. Nee. Auch nicht. Was ist das? Boah, wie fies. Hier am Anfang sind Münzen ... Ne, in der Ecke kann nichts sein, da waren wir. Die Ecke waren wir auch. Da kamen wir bloß nach oben. Hm ... Hm ... Hm ... Hier ... Nein ... Ich finde Musik gerade cool. Ha! Cool. Als wenn es geplant war. Nimm das. Ne, da waren ... Nö ... Da oben sind Münzen. Ha! Die hätte ich echt nicht gesehen hier. 70 haben wir schon, also knapp drüber. Nur noch 100. Was ist das? Nein, ihr wisst nichts mehr! Oh, hi! Danke! Dann hab ich gebraucht. Warte! Nein! Ich hoffe, da waren jetzt keine Münzen. Gott, wir müssen noch... 80 Münzen oder so. Ich kann ja die Kamera hier nicht verstellen. Nein. Mist. Ich hoffe, da unten, wo da eine Edelstern war. Ich hoffe, da war er nicht noch. Schnell rein! Wow! Erstmal du weg. Oh, hier sind noch mehr Münzen. Cool. Nimm dich weg! Super! Da hinten ist schon das Ziel, also wir müssen jetzt enorm viele Münzen kriegen noch irgendwo her. Oh nein, sag mir nicht, da sind... Oh, Mann... Oh! Oh, Mann! Oh, Mann! es fehlen gar nicht so viel von der treppe bin ich angekommen und ne sagt mir nicht nur wegen den drei büschen dahinten und ich bin zu früh runtergegangen müssen das level noch mal machen wegen einer minze das können wir so gar nicht mehr die quasi auch als checkpoint nicht wegen einer ich meinte wegen vier münzen